Ich grüße euch Freunde des Antitos und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich bin heute mit Legion unterwegs und das nächste Adventskalendertürchen wird aufgemacht. Übrigens auch wieder mit Webcam am Start. Ich sehe gerade, die ist ein bisschen transparent geworden. Ich bin dabei, die neu einzustellen bzw. ich habe mal eine neue Webcam gekauft, um mir gerade dabei, die so ein bisschen einzustellen. Und da trifft es sich ganz gut, dass ich auch ein Video machen muss. So, und deswegen habe ich auch gerade gesehen, die ist ein bisschen transparent. Das muss ich noch ändern. Eins, zwei. Na, kriegen wir den noch? Jawohl. So. Hey. Was denn? Du wolltest doch eben blocken, Adam. Was denn los? Du wolltest doch eben. So. Und Geißlerhaken. Jawohl. Sehr schön. Adam, ich weiß gar nicht, was du hast. Du wolltest doch eben. Du wolltest doch eben blocken. So, mal gucken. Es ist schon gut transparent, die Kamera. Ich hoffe, es stört euch für dieses eine Video nicht so ganz. Dolle. Ich muss das, wie gesagt, noch einstellen, dass das wieder vernünftig ist. Jawohl. Dass da vom Video nichts durchschimmert. Und wir wollten ebenfalls. Moin. Der Kollege hier ist aber auch am Pusten, ey. Hallo. Na, wir spielen ein bisschen LT. Und zack. Easy. Easy down am Ace. Na, der ist so ein bisschen bunt angezogen. Vielleicht ein Toxic Ace. Ja, ist das schon. Oh. Komm mal hier rauf. Komm mal, die heilen sich auch wunderbar alle hier voll. Das ist so schön. Eins, zwei. Ah, wenn die sich alle heilen. Oh, moin. Und der ist zu weit weg. Aber hier kriegen wir locker einen Hit drauf. Aufschließt kriegen wir auch einen Hit drauf. Oh, jetzt sind sie hier vorne. Moin. Ich glaube, ich kann jetzt downen, ne? Kann ich downen? Easy. Die hat sich gemandet. Und dann konnte sie gleich nochmal erwischen. Läuft. Die haben gerade so viel Stress, die Leute. Ich weiß ja selber, wie es ist, gegen Leashen zu spielen. Die haben gerade so einen harten Stress, die Leute hier. Das gibt es gar nicht. Äh, b-b-b-b-b-b-b-b. Ja, moin. Wer ist denn da? Der Ace. Der Acey-Basey. Oh, er will hier zur Palette. Oh, was macht der? Was macht der? Okay. Äh, what the hell? Oh. Was ist die Mission? Die machen es mir gerade richtig leicht, gerade hier. Wo gehen wir jetzt hin? Immer da, wo Leute sind, am besten. Ja, moin. Und meinen kriegen wir auch so hin, oder? Ja. Zeig ich doch. Ich hab sie gerade gelesen wie ein Buch, Leute. Gelesen wie ein Buch. Ah, da wird der erste Gen fertig. Jawohl. Wird auch. Wird Zeit. Wird Zeit, Leute. Wird Zeit. Ich spiel auch eine Menge Slowdown für die Leute. Für die Survivor hier. Er kommt halt einfach wieder zu mir angeäumelt. Und was ist denn deine... Deine Mission, Kollege? Oh, dann nehmen wir die Palette weg. Dann nehmen wir uns den Ace raus, würde ich sagen. Er schenkt mir jetzt noch eine Palette. Oh, oh, oh. Fenster. Okay, komm. Wir gehen für die Fähigkeit. Und mal hier so ein bisschen Stress auf die anderen Survivor wieder zu backen. Zack. Boah, Legion ist schon... Mega, mega stressig. Und wieder ein Geißelhaken. Und so hier war die Fang. Aber die kam ja gerade von einem Geißelhaken. Die ist ja eigentlich bedient. Ja. Außerdem, wenn ich die jetzt... Ich muss die in Ruhe lassen, damit die halt den Effekt beibehält. Für... Also von meinem Skirt-Schock. Deswegen, BAMS. In die Fähigkeit. Und dann äumeln wir. Da kommt... Ja, perfekt. Dann gleich mal wieder ein bisschen... Bisschen Rambazamba machen hier, ne? Der Dead Art. Obwohl ich in meiner Fähigkeit war. Ace. What are you doing, ey? Also... Der Depp. Das war der Depp. Und er ist weg. Der Depp. Er hat gedeppt und dann war er weg. So. Er hat auch gesehen, dass ich in meiner Fähigkeit bin. Ja, man sieht das so krass bei Legion, ja. Einfach... Die Körperhaltung verändert sich ja komplett. Na, hast du Bock? Na, passt auf. Er hat keinen Bock. Er will lieber aufpassen. Ich meine, ich kann es mir... Ich kann es mir leisten, hier jetzt mal ganz stumpf hinterher zu laufen. Ja, ich kann es mir... Ich habe ja Zeit. Also das kann es mir volles Rohr erlauben. Moin. 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 Machen wir mal schön ein bisschen Blattlasten hier. So, Fenster ist geblockt. Das kann halt nur noch die Palette spielen. Ja, schmeißt der Instant um. Und damit hat sich die Killer Shack auch erledigt. Und wie gesagt, ich habe... Ich habe einen Survivor raus. Drei... Die haben erst einen Gen fertig. Ja, also ich kann es mir gerade richtig leisten, mal so richtig stupid zu sein. Man errennt ja auch von Palette zu Palette. So. Und wir gehen jetzt mal wieder ein bisschen die anderen nerven. Aber ich darf die auch nicht zu sehr machen lassen. Man ist mir noch unverschämt. Na, da kommt der Adam. Oh, da war auch ein Depp. Jawohl. Da läuft der, der Kollege. Ja, hier hat er nichts mehr. Außer die Palette hier vorne. Die brücke ich jetzt auch. Mal, da geht er. Wer geht denn da? Ich bin flink. Play, hä? Jo. Sehr schön. Wo ist sie? Ich habe sie gar nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Ich muss die Kamera, die Camper schon mal ein bisschen weiter weg machen. Mein Gesicht nimmt zu viel Raum ein gerade hier. Ja. Mal schauen, wie ich das einmal einrichte für die Streams. Oder schreibt ihr in die Kommentare, wie euch das gefällt mit der Cam. Bisschen weiter weg. Ein bisschen mehr ran. Moin. Er ist direkt bei dem Fenster runtergesprungen, damit er direkt rein das Fenster usen kann. Aber das war es jetzt auch. Oh. Es war ein Auto der Tat, Leute. Er ist nämlich kurz stehen geblieben. Zack, habe ich dich. Das war auf jeden Fall ein Dead Hard. Würde ich sagen, die haben alle Dead Hard dabei. Wenn ihr es nicht besser wüsstet, würde ich genau das sagen. Die haben alle Dead Hard. Und rauf. Jawollo. Die absolute Rasu hier. Mit Legion. Ich habe Legion übrigens seinen ugly Sweater angezogen. Halt für ein bisschen Weihnachtsfeeling. So Feiertage genießen. Wo könnte jetzt die Dingens sein? Er lässt sich sterben. Er ist da gestorben. Das heißt. Wir gehen mal hier so gucken. Ja. Ja. Schön ist der Tat. Dass sie das schon wieder ab hatte, ne? Krass. Also sie war ja eben am Haken. Wird das ja resettet. Und machen wir kaputt. Jetzt ist, glaube ich, nichts mehr. Genau. Um. Oh, nehmen wir dich mit. Gute Fang. Ein 4K, Leute. Ein 4K. Die haben absolut Stress mit mir gehabt. Die konnten so viel gar nichts machen. Ein sehr solides, äh, Legion-Spiel, würde ich sagen, ja? Sehr solide geplayt. Muss man sagen. Gefällt mir ja. Legion ist schon... Legion ist schon böse, böse, böse. Auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefeiert, liebe Leute, lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke. Ganz, ganz wichtig. Glocke aktivieren. Und natürlich immer schön fleißig schöne Kommentare schreiben. Das freut nicht nur mich. Das freut auch den YouTube-Algorithmus. Und ein ganz besonderer Dank geht raus an meine Kanalmitglieder, die meinen Kanal auch finanziell supporten. Dass ich überhaupt so Sachen wie den Adventskalender gestalten konnte für alle. Danke für euren Support, liebe Kanalmitglieder. Danke, dass ihr mich auf diese Weise unterstützt. Macht bitte weiter so. Es bedeutet mir sehr, sehr, sehr viel. Und in der heutigen Zeit natürlich nicht selbstverständlich, dass ihr mir quasi etwas, äh, Bares, äh, in die Tasche steckt. Von daher, äh, vielen, 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 vielen Dank. Und ihr werdet gleich in den Credits erwähnt. Dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns heute Abend im Stream. Und ich bin erstmal raus. Bis dann und ciao, liebe Freunde des Antitors. Untertitelung des ZDF, 2020